Stani, Ende Mai hat der VfL verkündet, dass du zurückkehrst hier nach Bochum. Jetzt, vier Monate später, ist es so, als wärst du nie weg gewesen. Wie war für dich die letzten Wochen und Monate, wie war die Eingewöhnung? Gab es überhaupt eine Eingewöhnung? Ja, diese letzte Zeit war natürlich sehr schön, wir sind sieben Runden sehr gut gemacht. Aber wir gehen weiter, wir spielen am Freitag gegen Nürnberg, nach der Nationalmannschaft, Pause ist wieder zuhause Darmstadt, wir möchten diese zwei Spiele schaffen und wir sind wieder oben. Du persönlich, du bist zurückgekommen, du bist jetzt eigentlich schon sowas wie ein Führungsspieler aufgrund auch deiner Erfahrung, das ist, glaube ich, eine neue Situation für dich, oder? Ja, ich bin einer von den Altesten, und natürlich, wir haben eine sehr gute und sehr junge Mannschaft, und so persönlich alles passt hier, wir sind ein sehr guter Kollektiv. Und ich persönlich natürlich, wenn ich mehr Tore schieße, dann ist es besser. Aber ich bin auch glücklich für Tore oder Vorlage, wenn eine Mannschaft erfolgreich hat, dann ist es das Schönste, was es gibt. Drei Tore hast du schon geschossen, vier Vorlagen, ist das der stärkste Stunny aller Zeiten? Nein, natürlich, ich hatte zum Beispiel auch im letzten Spiel wieder eine Chance, fast in jedem Spiel, ich habe eine Möglichkeit und ja, manchmal, manchmal, ich mache das manchmal nicht, aber perfekt, dass in dieser Zeit Simon macht sein Tor und ja, ich habe schon gesagt, dass erfolgreich, wenn eine Mannschaft erfolgreich hat, dann ist das Schönste und Beste, was es gibt. Zu Hause, da gab es bisher noch weder ein Sesta-Tor noch einen Sieg, also da habt ihr noch was gut zu machen, oder? Oder könnt ihr das mittlerweile nicht mehr hören? Ja, jetzt, jetzt, wir hoffen alle, dass sie jetzt kommen. Vier Spiele zu Hause, vier Mal 1-1, das ist schön, dass wir sie nicht zu Hause verloren haben, aber natürlich auch, wir möchten auch gewinnen von unseren super, super Fans. Und ja, wenn ich war hier, erstes Mal in Bochum, in der ersten Liga noch, ich habe vielleicht, weiß ich nicht, in der 25. Runde oder weiß ich nicht wann, das erste Auswärtstor gemacht, in Nürnberg. Und jetzt, ich hoffe, dass ich das erste Mal gegen Nürnberg zu Hause treffe und das bringt auch drei Punkte. Und drei Punkte. Hier. Dann. 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 Vielen Dank.